Und das Zunhammer-Güllefass, das braucht bloß drei. Die Gewichte sind ja auch da haben wir. Brauchen auch eins. Die Pöttinger hat fünfe das Mähwerk, das sind elf beim Mähwerk. Da kommt man eigentlich das Doppelte weg, weil es ja eh der Helfer macht. Den Ursus brauche ich, das hilft mir nix, das brauche ich auch. Das sind drei, der Lizard hat sechse, Tieflader hat zwei, die Wasserfässer haben jeweils eins. Der hat vier, dann kommt man eigentlich mit dem Micheletto, den kommt man auch wegfahren. Den kann man verkaufen, den Aufleger. Silokim braucht neun. Und ein Tankauflieger, Kettensäcke braucht auch eins, der Hochdruckreiniger, die Werkstatt, Heizkraftwerk. Gut, dann kann man wegfahren. Wenn du Lust hast, äh, was macht er denn? Äh, der arbeitet da weiter. Äh, wenn du Lust hast, könntest du den Viehan-Auflieger wegfahren. Zum Verkaufen. Den fährt er nochmal. Der Striegler steht schon auf Feld 24. Den habe ich schon gefällt. Was macht er jetzt da? Hat jetzt da Raps? Nein, darf er da nicht. Ja, so wie es ausschaut, hat der da Raps gesagt. Da war normalerweise Gras drin. Nein, aber er fängt wieder an. So, den habe ich jetzt beendet. Wo hast du denn den angesetzt gehabt? Unten, oder? Bei der Hauptstraße. Ja, ich sehe mal, wo der Raps gesät hat. Weil da war normalerweise Gras drin. Also, wurscht. Dann lassen wir ihn da nochmal sehen. Weil das langt noch, was er hat. Warte einen Moment. Jetzt so heißt das. Und dann anschließend den Yoskin kann man wegfahren. Jetzt kannst du auch mit dem LKW wegfahren. Weil der hat eine Anhänger-Kopplung, der LKW. Dann fahren wir den Yoskin weg. Und dann fahre ich gleich den Gruber weg. Dann kommt wieder der Geld rein. Dann holen wir uns den Köckerling. Ich meine, das brauchst du sowieso. Nur dann das Grubern, wenn du jetzt nicht gepflügt hast. Dann fahre wir den weg. Und dann noch das Zunhammer. Das Güllefassl. Dann fahre wir auch weg. Und dann werden wir die Sämaschine wechseln. Jetzt können wir vorsichtig selber mal speichern. Ja, weil ich gespeichert habe. Nachdem es mir zu viel ruckelt habe, jetzt einmal zur Sicherheit gespeichert. Nicht, dass der ganze Tag wieder kurz ist. Das letzte Mal. Wo ich die Aktualisierung bekommen habe. Was? Verkaufen? Alles klar. Du hast das probiert, oder? Also nur beim Horst. Jetzt habe ich kein Ruckeln mehr. Das war die Nacht. Und dann die vielen Fahrzeuge und Beleuchtung. Das war die Nacht. Das war die Nacht. Jetzt noch etwas Ruckeln zu machen. Und die Nacht war es so, das war die Zunge und Beleuchtung. es war das wirklich zu tun. Und dann kann man das nicht schlafen, weil sie immer zu befinden. Ich habe es mir bei einem Ruckel, Das heißt, das Ding ist, so wie sie schon gesagt haben. Vielen Dank.